Die insolvente Signer Holding des ehemaligen Immobilienmilliardärs René Benko hat seinen Sanierungsplanantrag am Donnerstag zurückgezogen und beim Handelsgericht Wien die Abänderung in ein Konkursverfahren beantragt. Das teilte der Insolvenzverwalter der Signer Holding Christoph Stapf am Donnerstag mit. Eine Mindestquote zur Bedingung der Gläubigerforderungen fällt damit weg. Begründet wurde dies damit, dass das Sanierungskonzept vor allem auf der wertehaltenden Restrukturierung der wichtigen Beteiligungsgesellschaften, insbesondere der Signer Prime und der Signer Development beruhte. Die Signer Holding als Aktionärin würde erst im vierten Rang an den Erlösen aus der Umsetzung der Treuhand-Sanierungspläne der beiden Signer-Kerngesellschaften partizipieren. Für die Signer Holding sei daher, mit keinen nennenswerten Beteiligungswerten aus den Beteiligungen an Signer Prime und Signer Development mehr zu rechnen.